Musik Ja meine Damen und Herren, herzlich willkommen pünktlich 1930 geht es los. Die 103. Ausgabe unseres Festivals der CIS-Männlichkeit. Der CIS und G wird das Thema der ersten Viertelstunde sein, auf jeden Fall. Und begrüßen Sie bitte auf der Bühne unsere, die Jungs, die sich mit Erich Starke zusammen extra früh um eine Impfung gekümmert haben, damit wir heute Abend hier unter 2G-Begegnungen stattfinden können. Tante Holger Schörken, Marcel aus Großbeck, Bert Eisenblätter, Maris am Gesang und endlich wieder dabei Klaus Großviech. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Applaus